und damit halli hallo und herzlich willkommen zurück ich konnte einfach nicht anders und ich glaube nach vier folgen also nach zwei folgen jeweils batman und portal rendern zwei folgen noch hochladen habe ich mir einfach gedacht auch komm scheiß drauf ist man hat einfach zu viel spaß gemacht und es geht mir auch um sagt dass das mikrofon so überschaut ist ich hoffe diesmal ist es ein bisschen besser ich habe mich auch ein bisschen vom mikro jetzt fern ich mach mal bei mir gerade ein bisschen leiser so ist ein bisschen laut so wir haben immer noch das missionsziel hier diese diese versammlung zu stören war von den sachsen irgendwann irgendwann geht man automatisch einfach näher ins mikrofon das passiert einfach aber so jetzt versuche ich mich gerade noch ein bisschen zusammenzureißen pass auf das lustige ist halt das verstehe ich nicht warum hier wird gesagt die haben keine arbeit die können nicht weitermachen warum das denn haben die zu wenig ochsen pass auf ich mach einfach mal wie wo was 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 da oh gott oh gott oh gott pass auf dann kümmere ich mich mal eben darum ich mach mal eben noch ein ochsenjoch hierhin und dann kümmere ich mich um die idioten da ah scheiße warte ich hab noch gar keine truppen ne ich bin ja noch zurückgesetzt fuck 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 äh was machen wir dann als erstes ich würde mal erst mal sagen wir machen ne lanzenträger die müssen sich jetzt einmal hier um die hier kümmern die müssen sich opfern die müssen sich jetzt erstmal leider komplett opfern es geht nicht anders ähm den merlin den lasse ich da noch stehen da warte ich erst bis ich genug bogenschützen habe aber äh was ich definitiv mache wie viele wie viele untätigen bauern haben wir eigentlich es sind noch genug da es sind noch genug da äh warum haben die nichts zu tun warum machen die nichts steinbruch steinbruch aber warum 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 ist hier ein ausrufezeichen drüber warum arbeiten die nicht die haben doch ein ochsen bringt denen das nichts was ist wenn ich den ochsenjoch hierhin stelle aha 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 okay haben wir es denn wenigstens geschafft das zerstören des walds zu verhindern haben wir es denn wenigstens geschafft das stören des walds zu verhindern es ist eigentlich sogar korrekt der satz warte mal warum kann ich denn warum geht das nicht ich hab doch genug warum kann ich hier nichts hinsetzen ach weil die feinde zu nahe sind ihr arschlicher verpisst euch da so bogenschützen jaja platziert euch mal dorthin ähm 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 das läuft noch alles tutti ne also vorratskammer haben wir mehr als genug steuern muss ich hochgehen minus 6 pass auf dann mache ich hier dass wir plus 8 haben ja genau doppelte reaktionen extra für euch das mache ich doch gern ich brauche cash weißt du warum jetzt kann ich jetzt jetzt kann ich den wald reparieren wunderbar super so das ist auch dringend nötig der sieht ja auch nicht mehr ganz frisch aus hier wohl da kommt ach da kommen schon wieder die nächsten idioten gehen die mir auf dem senkel gehen die mir auf den zeiger jetzt stehen die aber nur da hinten pass auf ich mache jetzt erstmal 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 ein bisschen auf bogenschützen konzentrieren hier äh hups falsche taste äh bogenschützen zack so viele wie geht und alle schön hier oben hin verteilen sprich die setzen wir jetzt mal mehr hier hin ja genau schön rauf ähm hier läuft alles bei den produktionen das ist wunderbar ich komme schon wieder ich 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 komme schon wieder näher hier ähm eine kleine gruppe soldaten ist auf dem weg zur burg ja ich weiß aber was soll ich ist die stelle da sicher kann da gerade eh nichts hinbauen ich hoffe es einfach mal dass sie jetzt nicht dadurch kommen dass das geschlossen ist ich brauche definitiv mehr bogenschützen definitiv also erstmal bogenschützen konzentrieren das sind eben noch ein bisschen zu wenig hier oben die sind noch in der überzahl oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott scheiße scheiße kam da gerade eine nachricht war das gerade mein Handy wir werden angegriffen der feind zerstört unsere gebäude ach so ja äh twitch hat sich gerade gemeldet okay nein 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 ihr sollt hierbleiben was scheiße die haben es da hoch geschafft ah verdammte kacke mhm scheiße 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 jetzt brauche ich lanzenträger ja das ist das ist mies das ist ganz mies kann ich das hier zerstören kann man das nicht zerstören was ist das für scheiß jetzt machen die mir alles kaputt jetzt machen die mir alles kaputt die Schweine fuck warum kann man denn diese Leitern nicht zerstören ach doch die kann man zerstören fuck die Metzeln gerade meine kompletten Drucken ach das ist das ist doch jetzt nicht wahr scheiße hier die Leute kommen gar nicht hinterher ich muss mich ich muss mich wirklich mehr jetzt auf die Produktion konzentrieren oder oh gott ich brauche definitiv noch mehr weil erstmal muss ich hier das Problem eindämmen weil die sind schon ja ein hoch auf Merlin allerdings ist das schon gerade sehr kritisch verdammte scheiße ja allerdings was soll ich machen die stürmen da alle die stürmen da das ist doch scheiße das ist doch scheiße kann ich das löschen wir sind zu dicht am Feind für den Bau ich will ja nicht bauen ich will abreißen jetzt kommen die alle da durch jetzt kommen die alle da nö nö weißt du was nö hab ich kaputt hab ich wirklich kaputt hab ich kaputt nee kannst vergessen das ergibt so keinen Sinn ich klarte das nochmal neu das ergibt so keinen Sinn das ergibt so keinen Sinn sauf, sauf ich muss jetzt hier alles bestärken sprich erstmal direkt mich auf Bogenschützen konzentrieren zusätzlich muss ich pass auf hier fehlt ja noch ein Ochse Ochse ich geb dir mal zwei Ochsen passt hier noch irgendwo ein Ochse hin ja ja blablabla blablabla laber keinen wir brauchen Fallmacherei definitiv wir brauchen noch eine Fallmacherei ich frag mich warum ist der überhaupt so komisch weit weg dort sorry Leute aber ich muss euch mal kurz arbeitslos machen und euer Holz ja ja so setzen wir mal dorthin können wir hier noch ein paar Fallmachereien hin machen oder Gold achso ja ich muss ja ich muss ja hier nochmal umsetzen ich muss ja Steuern hohe Steuern es tut mir leid dafür gibt es aber auch doppelte Rationen wunderbar minus 6 minus 8 gemeine Steuern kann ich denen aber nicht antun doppelte Rationen kann ich denen antun das ist schon okay das ist schon gemeine Steuern kann ich denen einfach gerade nicht antun das geht einfach nicht das ist nicht das ist nein so einer bin ich nicht kann ich nicht machen so Fallmacherei ich brauche Fallmachereien Gold benötigt es wird so viel Gold benötigt die zerstören wieder meinen Wall Bogenschützen ja ich weiß ich weiß das ist gut das ist sehr gut ich brauche mal eben ich brauche mal eben es geht nicht an dass ich brauche Merlin Scheiße die sind gleich durch Zerkloppt den mal hier den Scheiße das ist doch nicht wahr jetzt mal ehrlich das ist doch nicht wahr kann ich schon wieder ja gerade müssen alle direkt auf Angriff es geht nicht anders es geht nicht anders Merlin ist auch auf dem Weg das ist sehr gut Scheiße 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 heute läuft es aber auch nicht was lauft ihr denn da durch da dringen gerade welche ein die Idioten das gibt es doch nicht Truppen ja hier ihr müsst hier hin sofort Scheiße wo ist Merlin der ist mitten im Kamm Merlin ist gleich tot das ist doch mies ich glaube das ist der beschissenste Checkpoint den ich jemals gesetzt habe wirklich das ist doch richtig mies das ist doch jetzt nicht wahr das ist doch jetzt echt nicht wahr so ich muss ich muss ich muss es direkt tun ich muss tatsächlich gemeine steuern dafür kriegt ihr aber auch eine doppelte Nahrungsration ja ihr müsst ja auch ein bisschen zufrieden sein aber ich habe keinen Platz mehr ich habe keinen Platz mehr Scheiße doch hier direkt vor die Häuser ja klar setze ich noch einen Garten hin so dann das weglöschen da kommt noch ein Ochsenjochen so hier eine neue Holzgrube Fallmacherei jetzt geht es wieder nicht voran Scheiße 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 Die sind schon wieder am Zerkloppen das gibt es doch nicht Ich drehe hier durch das gibt es doch nicht Die zerkloppen schon wieder alles und ich habe keine ich habe keine Leute Merlin Ja Ich brauche dich gerade Was für eine Straße Jetzt mal ehrlich So Ich muss die ganze Zeit Es geht nicht anders Ich habe den beschissensten Checkpoint glaube ich gesetzt den es gibt Ich glaube ich muss es einfach mal komplett neu laden lassen oder Ja Fünf Männer sind dran Okay Sehr schön Ich muss jetzt erstmal mich erstmal um das Problem kümmern also anders geht es nicht Waffen Scheiße Okay Das ist zerstört Dann das hier Scheiße Richtig richtig scheiße Waffen Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht die sich der Burg nähern Angriff So Was ist das mit Merlin Wo steckt der Da oben Der hält Wache Das ist sehr gut Das ist sehr gut Wunderbar Jetzt steht nicht einfach so blöd rum Macht das Ding kaputt Aber zackig Mann 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 So Jetzt Bogenschützen Hier hin Aber zackig So Okay Pass auf Hier haben wir noch ein paar Männer Ihr greift mal das Lager hier an So Ich bin zwar eigentlich überhaupt nicht gewappnet dafür Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht Die sich der Burg nähern Allerdings was soll ich machen Ich muss meine Männer jetzt Ich muss meine Männer leider aufpassen Ich muss es leider tun Es geht nicht anders Sonst dringen die mir deutlich zu weit vor Es geht einfach gerade nicht anders Ja das ist doch die ganze Zeit so der Fall Das ist doch die ganze Zeit so der Fall Das ist die Scheiße dabei Und meine Leute kommen hier einfach nicht hinterher Also meine 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 Pikenmacher Und meine Bogenmacher hier Fallmacherei Noch eine Fallmacherei am besten Das ist glaube ich scheiße platziert So Haben wir denn noch genug untätige Bauern Das muss ja auch ein bisschen ausgeglichen sein So Okay der ist auch down Dann gucken wir mal hier weiter Erstmal Ich glaube ich mach mal nochmal hier von Ähm Weißt du was Ihr patrouilliert mal hier vorne Ihr patrouilliert mal hier vorne So Scheiße 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 Es kommen einfach nicht genug Rohstoffe oder Kommen einfach nicht genug Was steht ihr beiden da nur so rum Hier mach doch die Typen kaputt So jetzt mal ehrlich So Pass auf Wir haben zwei von denen Drei von denen Ich brauch mehr als genug Die hier oben stehen Mehr als genug dieses Mal Also bevor ich losgehe Mach ich diesmal auf gar keinen Fall den Fehler Ich mach diesmal mehr als genug Muss sein Man merkt ja Es ist sehr kritisch Da erstellen die auch ein Lager Oh die Ich weiß Ich weiß Hier befüllt sich's langsam wieder Aber es ist halt alles immer noch Scheiße Scheiße Meine Landträger die werden hier nach und nach alle abgeschlachtet Und ich komm einfach nicht mit der Produktion hinterher Warum laufen die denn jetzt Ach da Scheiße Jetzt kommt die wieder mit Katapulten Und ich hab keine Männer mehr Ich hab wieder keine Männer mehr Scheiße Ach das ist doch Ja Oh Verdammte Kacke Jetzt Ey Das gibt es doch nicht Rekruten benötigt Okay pass auf Rekruten benötigt Kann man sich ja drum kümmern Ich mach hier noch so ein Gehöft hin So Zack Ihr müsst an der Front kämpfen Hier Es wird kritisch Was sagt der Kornspeicher Eieiei Der wird aber auch langsam kritisch Äh Ich muss noch ein Feld setzen Ich muss noch ein Feld setzen So Anders geht's nicht Weil ich brauch ja auch Ich brauch ja auch ein bisschen Cash So ist es So ist es Ich brauch immer ein bisschen Cash So Erste Ja scheiße Waffen benötigt So Ich mach jetzt mal hier Eine richtig starke Front hin Mach ich jetzt einfach mal Ich werd immer dunkler Das ist schön Das ist wunderschön Ähm Ich würd sagen Aus diesem Grund Werde ich jetzt einfach mal Meine Lampe anschließen Aber ich will den Part nicht zu früh werden Noch müsst ihr damit klarkommen So pass auf in den nächsten Part mach ich die Lampe An So Waffenkammer Oh Gott es ist aber auch Oh Gott Oh Gott 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 Äh je mehr das so besser ne Deswegen ähm Zack Zack Ja ich weiß Ich weiß So Haben wir noch genug Bauern dafür Was ist diesen Monat? Essen Oh man Essen ist knapp Essen ist echt knapp Essen ist scheiße knapp Verdammte Kacke Äh Ich brauch definitiv noch eins Wir haben viele Männer Aber ich glaub zu wenig Bauern Und wir haben Kaum noch Platz Also wir Wir können hier nichts mehr hinsetzen Wir haben keinen Platz mehr Also wenn der Wald jetzt nach und nach So ein bisschen gerodet Wird das ganz gut Und ich denk mal später Bekommen wir auch noch ein bisschen Äh Bisschen Land Also hoffe ich Aber jetzt gerade im Moment Muss ich ehrlich sagen Hier passt noch was hin Das ist äh Glück Okay pass auf Hier wird jetzt eh gerodet Ne Es ist Es ist schade Dass man die nicht Wir werden angegriffen Es ist schade Dass man die nicht versetzen kann Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht Die sich der Burg nähern Was ist das denn? Was ist das denn? Warum ist da jetzt eine Fahne? Warum ist da jetzt eine Fahne? Hm Also da wird jetzt auch langsam immer mehr Platz gemacht Das ist super Allerdings muss ich halt wirklich auf die Vorratskammer Weil die ist knapp Und Oh Gott nein Die Zufriedenheit geht runter Hm Scheiße Wir haben zu wenig Nahrung Scheiße Wir haben aber Gott sei Dank ein bisschen Geld Sprich ich könnte Nahrung So Habe ich den Kornspeicher erstmal wieder voll Aber der geht auch sehr schnell weg Das ist doch kacke Muss ich runternehmen Hm Wie schön Okay pass auf Also der Gibt gerade plus 4 Der nimmt minus 6 Das muss ich normale Steuern nehmen Das ist doch kacke Das ist doch kacke Ich hoffe das Pendelt sich jetzt wieder besser ein Es muss sich einfach besser einpendeln Ich kann Keine Leute Rekruten benötigt Shire Rekruten benötigt Shire Noch mehr Aber ich hab doch schon so viele Leute Fuck Es wird Es wird Es wird Kritisch Rekruten benötigt Shire Ja ich weiß Ich weiß Ja hallo Leute Nicht rumstehen Angreifen Aber zackig Ihr beiden auch Sommer Sonst habt das noch Mann man 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 Es ist eng Es ist verdammt eng Ihr kriegt jetzt gleich alle Verstärkung Ihr kriegt alle Verstärkung jetzt gleich Ich hole ganz ganz viele Männer Allerdings werden die hier da auch alle umgebracht Ich brauche auch So langsam muss ich mich wieder ein bisschen mehr auf Bogenschützen konzentrieren Der Kornspeicher Der hält sich jetzt so langsam Waffenschmiede hier läuft auch alles Das ist wunderbar Langsam langsam Es wird Hm 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 Ei 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 Ja das ist wunderbar Rauch auf die Welle So Also hier ist gerade alles eng an eng Also Ja ich weiß Ich weiß Oh die hauen ab die Feigensäue Meine Männer hinterher Tapfer Männer Tapfer Für den König So Ja das ist wunderbar Ich kümmere mich drum Es wird alles Das wird Das geht schon So Nahrung ist noch genug da Steuern werden eingezogen Also es ist wunderbar Langsam wird es Langsam aber sicher Das Problem ist halt Wir werden permanent Werden wir angegriffen Dadurch verliere ich Leute Muss ich neue Rekruten erstellen Das raubt Zeit Und auch ein bisschen Nerv Schon wieder angegriffen Ey Leute Das ist doch unglaublich Das ist doch unglaublich Ich würde sagen Ich beende erstmal den Part für heute Danke fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal Bei Let's Play Stronghold Legends Tschüss Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss